Mel Hallat war eine britische Theater- und Filmschauspielerin. Leben Mel Hallat wurde 1876 als Marie F. Hullard in Skabero, England geboren. Nach ihrer Ausbildung zur Schauspielerin trat sie häufig auf den Theaterbühnen Londons auf. Durch ihre kleine Statur und ihr eher unscheinbares, jedoch charismatisches Äußeres war sie bald auch als Charakterdarstellerin beim Film gefragt. Ab 1934 war sie in einer Reihe von britischen Filmen zu sehen. Ihre vielleicht bekannteste Rolle hatte sie in dem Filmdrama Die Schwarzen Azisse als indische Haushälterin Anguayach an der Seite von Deborah Kerr. 1958 spielte sie erneut neben Kerr in dem preisgekrönten US-amerikanischen Filmdrama Getrennt von Tisch und Bett, das auf dem gleichnamigen Bühnenstück von Tensrat Igan basiert. In ihrer Rolle der zynischen Miss Miracham war sie die einzige innerhalb der Starbesetzung, die ihre Rolle bereits am Theater in London und auch am New Yorker Broadway gespielt hatte. 1965 zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück. Mel Hallat starb 1969 im Alter von 93 Jahren in London. Ihr Sohn Neil Hallat wurde ebenfalls Schauspieler. Filmografie 1939 Der Würger 1947 Die Schwarze Narzisse 1949 1949 Der Meisterdieb von Paris 1952 Der Unwiderstehliche nicht im Abspann 1953 Der Königliche Rebell 1954 Sein größter Bluff nicht im Abspann 1958 Des Pudels Kern nicht im Abspann 1958 Getrennt von Tisch und Bett 1959 Der Weg nach oben nicht im Abspann 1963 Schule des süßen Lebens